Was ist das eigentlich? TTIP, CETA, TISA, TTP oder diese ganzen Abkürzungen, mit denen wir uns gerade herumschlagen müssen. Es sind sogenannte Freihandelsabkommen modernen Typs. Das heißt, es geht darum, der jeweiligen Wirtschaft, also insbesondere globalen und global tätigen Unternehmen jeder Größenordnung, den Zugang zu Märkten zu eröffnen, die bisher durch nationale Grenzen abgeschottet sind. Das heißt, es geht eigentlich um den Zugang von Gütern und Dienstleistungen auf unterschiedliche Märkte. Und CETA, das ist das Abkommen zwischen Europäischer Union und Kanada, soll also kanadischen Unternehmen den Zugang zu europäischen Märkten eröffnen und europäischen Produzenten oder Dienstleistern den Zugang zu kanadischen. Dagegen ist eigentlich nichts einzuwenden, wenn man sagt, gut, die Vereinbarungen zwischen Europa und Kanada beschränken sich darauf, dass man Zölle abbaut oder bürokratische Vorschriften beim Grenzübertritt abbaut. Das ist aber nicht alleine der Fall. Das wären die Freihandelsabkommen des alten Typs gewesen. Bei den modernen Freihandels- und Investitionsabkommen geht es darum, auch sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse zu definieren und dann entweder insgesamt abzubauen oder einen gemeinsamen vereinbarten Standard zu wählen und den dann einzufrieren. Und das hat natürlich eine ganze Menge an Folgen. Die will ich jetzt an der Frage deutlich machen, was ist denn eigentlich der Inhalt solcher Investitions- und Freihandelsabkommen. Da geht es, wie gesagt, um den unproblematischen Abbau von Zöllen und bürokratischen Vorschriften. Aber es geht auch darum, welche Umweltstandards gelten sollen. Weil wenn man Umweltstandards erhöht, sei das noch so gerechtfertigt im Interesse der Bevölkerung, dann kann das natürlich die Investitionserwartungen von Unternehmen beeinträchtigen. Und das soll ausgeschlossen werden. Also sollen die eingefroren werden. Und die Möglichkeit von staatlichen oder Regulierung durch Gemeinderäte oder durch Landesparlamente oder durch das Europäische Parlament in Form von Richtlinien, die soll quasi eingefroren werden. Das ist bedenklich, weil es natürlich bedeutet, dass die Bevölkerung entweder direkt oder über Wahlen nicht sagen kann, ich will jetzt mehr Daseinsvorsorge oder schärfere Umweltbestimmungen, weil dann die Staaten und die Europäische Union immer Schadensersatz an ausländische Investoren zahlen sollen. Das ist das eigentliche Problem. Also zunächst geht es um die Festlegung von Standards. Und da werden die einbezogen aus dem Bereich Verbraucherschutz. Das sind dann die berühmten Klorhühnchen. Oder Gesundheit. Das sind dann die Fragen der Krankenhäuser und der öffentlichen Finanzierung im Raum. Oder es kann auch Kultur einbezogen werden. Dann ist der gesamte Bereich der Kulturförderung in Deutschland betroffen. Das reicht dann von der Buchpreisbindung bis zur Finanzierung von Stadttheatern. Und es geht zu Arbeitsnormen. Das heißt, da ist dann die Frage, kann denn in Zukunft ein Mindestlohngesetz gemacht werden oder kann man die Mitbestimmung, die betriebliche Mitbestimmung ausbauen? Alles das spielt dann eine Rolle. So, jetzt kommen wir zu der Frage, was steht denn nun in diesen Freihandelsabkommen? Nun, bei TTIP, also bei dem, das jetzt zwischen Europa und den USA ausgehandelt wird, wissen wir es noch nicht, weil diese Freihandelsabkommen in voller Geheimhaltung vor der Öffentlichkeit verhandelt werden und nur ganz bestimmte Abgeordnete des Europäischen Parlaments, ohne die Erlaubnis, sich Notizen machen zu können, die einzelnen Dokumente einsehen können. Wir wissen es von CETA, also dem europäisch-kanadischen Abkommen. Und da können wir natürlich drei riesige Problembereiche sehen. Die will ich jetzt mal schildern. Transparenz gibt es auch da nicht, weil der offizielle Text immer noch nicht vorliegt, obwohl das am Freitag vergangener Woche unterschrieben wurde. Der zweite Punkt ist, dass die Bereiche, die einbezogen werden, nicht in einer Liste mit 1., 2., 3., 4. bestimmt und genau abgegrenzt werden, sondern man sagt grundsätzlich erstmal weite Bereiche und wir nehmen einige raus. Das hat den enormen Nachteil, dass neue Entwicklungen oder neue Unternehmen immer Streitfälle sein werden, fallen sie unter das Einfrierungsgebot oder tun sie das nicht. Und da kommt dann das zweite Problem zum Tragen, wer entscheidet darüber, ob sie darunter fallen oder nicht. Das machen nicht etwa Parlamente oder ganz normale Gerichte, sondern das machen Vertragsgremien, die sogenannten Regulierungsräte, die aber weder Parlamenten verantwortlich sind, noch durch normale Gerichte nachprüfbar, noch sind demokratisch legitimierte Vertreter, Mitglieder drin, sondern das sind Lobbyisten, die im Übrigen auch von jeder staatlichen Behörde die Veränderungen in ihrem Bereich machen wollen, also zum Beispiel Umweltvorschriften oder Gesundheitsstandards verbessern, müssen die rechtzeitig informiert werden, die müssen die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen und natürlich verstärkt das den Einfluss der Lobbyisten und sie müssen die Möglichkeit haben, jetzt komme ich zum dritten Bereich, auch gegen diese Regulierung vorzugehen. Wie machen sie das? Nicht etwa wie heute, wo ja deutsche Unternehmen und ausländische Unternehmen selbstverständlich vor ordentliche Gerichte gehen können und dann wird bei den ordentlichen Gerichten nachgeprüft, war die Entscheidung oder das Gesetz im Einklang mit der Verfassung und da wird auch der Eigentumsschutz überprüft, selbstverständlich und auch die Unternehmerfreiheit, das kann dann hochgehen bis zum Bundesverfassungsgericht oder sogar zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, sondern in Zukunft sollen ausländische Investoren, und da geht man von einer Zahl von über 100.000 aus in der Zukunft, die sollen die Möglichkeit haben, die ordentliche Gerichtsbarkeit zu vermeiden und zu einem privaten internationalen Schiedsgremium zu gehen, das aus Investmentexperten besteht, das nicht an unsere Eigentums- oder Verfassungsordnung gebunden ist und dort zu sagen, das ist aber eine Regelung, die schmälert meine Gewinnerwartungen und deswegen muss ich dafür Schadensersatz bekommen. Kleines Beispiel, ein Gemeinderat muss seinen jährlichen Haushalt ausgleichen und stellt sich vor die Alternative, entweder ich schließe eine Bibliothek, also eine Stadtbücherei, oder ich erhöhe den Gewerbesteuerhebesatz um eine mäßige Summe. Das kann er tun. Heute können deutsche und ausländische Unternehmen dagegen klagen, dann wird das geprüft, wie ich schon erzählt habe, in Zukunft wird das nicht mehr gehen, sondern ausländische Investoren können nach Washington gehen, zu dieser privaten internationalen Schiedsstelle und sagen, das beeinträchtigt mein Investment. Und diese Stelle ist eben nicht gebunden an die deutsche oder europäische Eigentumsordnung, nach der Eigentum auch verpflichtet, sondern da wird nur geguckt, beeinträchtigt das das Investment, und zwar von Anfang bis Ende, und wenn ja, ist eine Schadensersatzpflicht fällig. Und das ist natürlich eine Sache, die vielen Leuten erhebliche Sorge macht. Das heißt, ich fasse jetzt nochmal zusammen, moderne Freihandels- und Investitionsabkommen müssen öffentlich diskutiert werden, weil sie in den verschiedenen Bereichen weit in das Alltagsleben der Menschen eingreifen können. Zum Zweiten, es geht nicht an, dass man Kompetenzen von demokratisch legitimierten Parlamenten, vom Europäischen Parlament, über den Bundestag, über Landesparlamente, zu Gemeinderäten einfach abzieht und Lobbyisten und sogenannten Experten überlässt, die nicht kontrolliert werden können. Und zum Dritten, es darf nicht sein, dass die Standards abgesenkt werden. Und der vierte, auch entscheidende Punkt, eine Sondergerichtsbarkeit, ein Outsourcing von ordentlicher Gerichtsbarkeit auf internationale, private Schiedsstellen aus Experten, die sowieso voreingenommen sind, darf es auf keinen Fall geben. Das war's, das war's, das war's.